Im heutigen Video geht es um das nächste Update im Fall Geoferim. Ich hatte bereits vor zwei Wochen schon über sein Statement, was nichts anderes als eine Promoaktion war, berichtet. Denn dort fehlte jegliche Entschuldigung gegenüber dem Hotel, jegliche Entschuldigung gegenüber den ganzen Mitarbeitern des Hotels und auch gerade dem Mitarbeiter, dem er vorgeworfen hat, ihn, also Geoferim, antisemitisch beleidigt zu haben. Und das war nicht nur ein Bärendienst gegenüber dem jüdischen Volk, nein, auch eine krasse Lüge und auch eine Hetzkampagne, die dann auf das ganze Hotel und alle Mitarbeiter eingeprasselt ist. Und ich hatte schon recht früh in meiner Berichterstattung auch Bauchschmerzen. Dennoch hatte ich zu Beginn ihm auch geglaubt, weil man ja eigentlich nicht sich vorstellen kann, dass ein Mensch mit so etwas Krassen so heftig versucht, jemanden zu schaden, zu ruinieren und auch sich selbst darzustellen. Aber früh hatte ich schon ein komisches Gefühl. Er ist von Talkshow zu Talkshow gelaufen, hat sich inszeniert und das alles, ja, zu einem hohen Preis. Denn jetzt fliegt ihm das gewaltig um die Ohren und das auch völlig zu Recht. Denn in diesem Statement, was er vor zwei Wochen hochgeladen hat, war eigentlich schon relativ schnell klar, dass er sich auch wieder nur inszeniert. Alles war in schwarz-weiß umgesetzt. Die Leute dachten, Mensch, jetzt kommt die große Entschuldigung, wenn er schon nicht vor Gericht so richtig raussprechen kann und aussprechen kann. Nein, dann kriegt er es doch jetzt so ein paar Monate später, fast ein Jahr später hin. Aber nein, auch dort hat er das nicht hinbekommen, sich vernünftig bei uns und auch den Mitarbeitern und auch dem ganzen Hotel in Leipzig zu entschuldigen. Denn das Hotel hat einen Imageschaden erlitten. Die Mitarbeiter mussten durch die Hölle gehen. Gerade auch jener Mitarbeiter, der diese fürchterlichen Vorwürfe abbekam, muss durch die Hölle gegangen sein. Und da gab es nicht ein Wort der Entschuldigung. Und das ist einfach nur heftig und eklig. Und wie es jetzt weiter für ihn ging, das werden wir heute in diesem Video besprechen. Bevor wir mit dem Video so richtig anfangen, kurz eine Werbung. Der heutige Sponsor des Videos ist FlexiSpot. Und ihr wisst, ich mache selten Werbung für Unternehmen. Aber mit FlexiSpot arbeite ich schon seit Jahren zusammen. Ich habe meinen Tisch hier zum Beispiel, an dem ich täglich arbeite, von FlexiSpot. Auch der Stuhl, auf dem ich täglich sitze, habe ich von FlexiSpot. Und ich habe auch generell meine Mutter schon mit dem einen oder anderen Tisch ausgestattet. Und bin immer sehr, sehr glücklich gewesen. Auch meine Mutter war immer sehr, sehr glücklich. Und FlexiSpot hat mir jetzt angeboten, einen Stuhl für euch hier zu testen. Beziehungsweise den hier auch vorzustellen. Denn es ist wieder Black Friday Woche. Ihr könnt wirklich massig sparen. In der Infobox ist alles für euch verlinkt. Und ihr könnt dort einfach mal vorbeischauen. Die haben nicht nur tolle, verstellbare Tische, an denen ihr arbeiten könnt. Oder gute Bürostühle. Nein, dort gibt es auch mittlerweile für das Wohnzimmer. Tolle Fernsehsessel, die elektrisch sind. Und einen davon habe ich testen dürfen für euch. Und das ist jetzt auch mein Geschenk. Meine Mutter guckt ja hier nicht zu für meine Mutter. Zu Weihnachten, denn die kriegt diesen tollen Fernsehsessel. Dank euch auch. Danke, dass ihr hier auch so fleißig meine Videos schaut. Dass ich solche Angebote hier immer mal bekomme. Und auch mal so ein Sponsoring euch vorstellen kann. Wie gesagt, mache ich wirklich ganz selten. Aber hier bei FlexiSpot kann ich euch das wirklich ohne Probleme ans Herz legen, mal vorbeizuschauen. Und alle Links sind unten in der Infobox. Und dann geht es jetzt auch schon weiter mit dem Video. Nachdem Geoforim in seinem Schwarz-Weiß-Statement ja schon angeteasert hat, dass er in Zukunft wieder an seiner Musik arbeiten möchte, gab es jetzt auch seine erste richtige Werbung auf Instagram für ein Konzert. Und ich zeige euch das Ganze hier einfach mal Geoforim-Korrektur der Zeit. Am 17.04.25 in Bochum im Matrix. Da passen 750 Leute rein. Ja, aber nur 800 Leute haben es geliked. Also ihr seht jetzt die 750 Tickets. Also wenn jetzt jeder von den Likern auch einer der Konzertgänger wäre, okay. Aber so sieht es momentan nicht aus. Es gibt auch nach wie vor Karten. Und die Karten sind auch gar nicht günstig. Dazu ein wenig später. Aber ihr seht es ja auch schon in dieser Werbung. Also vor zwei Tagen gab es dann diese Werbung. Matrix Bochum 2025. Ich freue mich auf mein erstes richtiges Konzert. Nach Jahren wieder Tickets ab jetzt auf Eventim & Co. Korrektur der Zeit. Also dieser Titel. Ja, möchte er etwa die Vergangenheit auslöschen? Oder was ist damit jetzt gemeint? Ich weiß jetzt nicht, was jetzt damit gemeint sein könnte. Auf jeden Fall klingt das alles durchaus ärgerlich für den einen oder anderen. Und da schreibt auch ein User. Frage mich, wie du da auf der Bühne stehen willst. So ohne Rückgrat. Dann gibt es hier auch noch einen Kommentar. Jeder, der den Typen noch unterstützt, läuft so dermaßen am Leben vorbei. Und fast bei ehrlich. Ihr sollt mal so leiden wie der Herr aus dem Hotel. Gelofo Riem darf keinen Cent mehr verdienen auf diese Art und Weise. Das Recht dazu hat er sich einfach verwirkt. Und ich würde jetzt sagen, ja, kann man kritisch sehen. Kann man definitiv. Ja, und man kann auch sagen, okay, ich will den einfach nicht mehr sehen. Man muss allerdings da jetzt auch nicht hingehen. Dennoch gibt es jetzt hier auch im Rolling Stone einen Artikel, den ich gelesen habe. Und da wird auch getitelt, Gelofo Riemens Korrektur der Zeitkonzert in Bochum bekommen volle Breitseite. Und das ist jetzt hier, wie gesagt, nur der Anfang gewesen auf Instagram. Die unsachlichen Kommentare auch hier unter dem Video. Bitte mir persönlich per DM schicken, dass ich das auch löschen kann. Ich möchte hier keinen Antisemitismus haben. Ja, kritisiert. Gelofo Riem bitte. Aber nicht bitte auf seinen Glauben gehen. Denn der hat damit nichts zu tun, was er gemacht hat. Denn er hat gelogen und das war daneben und das dürfen wir alle kritisieren. Den Rest bitte hier nicht. Das möchte ich hier nicht drunter lesen. Ja, nochmal ganz klar gesagt. Ansonsten sind aber auch alle schlimmen Beleidigungen hier sowieso mal an der Blacklist. Das wird dann hier auch noch weiter getitelt im Rolling Stone. Ins Bochumer Matrix passen 700 Leute und das Konzert ist nicht auserkauft. Und auf Instagram schießen sich die Leute auf Gelofo Riem ein. Ja, warum wohl? Warum schießen sich jetzt die Leute auf Gelofo Riem ein? Das ist jetzt nicht so, dass er jetzt der Teenie-Star vom Frühjahr ist, der jetzt einfach mal wieder ein Comeback hat. Nein, es geht ja wirklich jetzt auch darum, dass er uns alle angelogen hat und nicht nur einmal im Video, wo er gesagt hat, okay, ich mache jetzt dieses Video, ich nehme das auf und lüge einfach mal. Nein, er ist auch dabei geblieben. Er hat die Chance nicht genutzt, sich danach zu entschuldigen, dieses Video offline zu nehmen, sich öffentlich zu entschuldigen. Nein, er ist zu Bild gegangen, ist zu sämtlichen großen Zeitungen gegangen, hat die Promo mitgenommen, hat vorher noch ein Buch veröffentlicht im Übrigen und hat auch in sämtlichen Talkshows sich dann rollmütig gezeigt und wurde zu sämtlichen Thematiken eingeladen, eine gewisse Phase, hat dann vor Gericht noch gelogen. Selbst als dann seine Anwälte gesagt haben, komm, bevor du jetzt hier noch im Bau wanderst, gib es zu. Und dann haben die da ja auch, finde ich, recht merkwürdig irgendwie was ausgehandelt, was, glaube ich, relativ gängig ist, so ein Vergleich, wo ich aber auch sagen muss, eigentlich hätte er eine härtere Strafe als 10.000 Euro verdient gehabt für die ganze Nummer. Und selbst dann hat er es vor Gericht nicht richtig zugegeben. Und das ist die Sache, dass er sich nicht richtig entschuldigen kann, direkt vor Gericht, direkt in den ganzen Talkshows ist schon schlimm genug, aber ein Jahr später immer noch nicht, die Weizsicht zu haben und sich da schwarz-weiß zu inszenieren. Das ist, finde ich, ganz pervers und ganz daneben. Und wir gucken uns jetzt hier auch mal an, wie teuer ist denn hier so ein Ticket. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe auch ganz gerne mal aufs Konzert. Und ich finde jetzt 53 Euro für eine relativ kleine Halle schon echt happig. Also ich weiß noch, gut, das ist jetzt eine Weile her, aber ich war bei Peter Fox und Seed. Das war an einem Tag in der Wuhlheide. Und da haben wir, glaube ich, 35 Euro pro Ticket bezahlt. Gut, das waren andere Zeiten, das war so 2008. Gehen wir mal ein bisschen in die neuen Preise. Also fürs Sido-Weihnachtskonzert im letzten Jahr, meine ich, habe ich auch 53 oder 75 Euro bezahlt. Aber das war auch ein richtiges Konzert, dann waren auch noch andere Stars da. Es war ein Weihnachtsspecial, es war ein Weihnachtsmarkt dort aufgebaut. Also auch, glaube ich, so ein bisschen Geld steckte da auch in der Produktion drin. Und ich meine, ich habe ungefähr diesen Preis gezahlt, den jetzt Gil Oferim erwartet. Und ja, Gil Oferim ist halt jetzt auch nicht der Star wie Sido. Sido ist einer der bekanntesten Rapper. Bei Bushido habe ich, glaube ich, auch ähnlich viel gezahlt. Und das war in der Uber World, also einmal in Kolumbia-Damm und in der Uber World. Das sind auch nochmal größere Hallen, ja, mehr Security werden gebraucht und Co. Und da sind schon andere Nummern. Plus, dass ich auch bei Rammstein war und da waren knapp 100, 120 Euro für ein Stehplatzticket notwendig. Aber das ist dann eine riesige Bühnenshow. Die Bühne ist riesig. Es gibt Pyro bis zum Abwinken. Es ist im Olympiastadion gewesen. Es muss ja auch finanziert werden. Und es war ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Und der nimmt jetzt knapp die Hälfte für eine Halle, wo 700 Leute reinpassen, wo man sagen muss, irgendwie schon überzogen. 30 Euro, 35 Euro, okay, aber 53 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt gerechtfertigt wird in so einer relativ kleinen Halle, wo nur 700 Leute reinpassen. Klar, das kann dann auch noch cooler sein, wenn es umso weniger sind. Das meine ich jetzt gar nicht damit. Und wenn jetzt ein Weltstar sagt, okay, 53 Euro und ich bin jetzt hier mal für meine Fans ein bisschen nahbar und gehe mal in eine kleinere Halle. Okay, und dann kann man meinetwegen auch 100 Euro dafür nehmen. Aber das ist jetzt wirklich eine relativ kleine Nummer im Pop-Business. Und nehmt hier 53 Euro. Findet ihr das als Konsument theoretisch, ja, okay? Oder sagt der auch, wow. Also ich muss sagen, 53 Euro, heftiger Preis. Und ich weiß, die Sachen sind teurer geworden heutzutage, ja, und Inflation und so weiter und so fort. Aber 53 Euro, wenn ich jetzt auch mal die letzten Konzertgänge, die ich so hatte, und die sind jetzt auch noch nicht so lange her, mal Revue passieren lasse. Und das waren alles größere Hallen und jetzt die Kolumbiahalle in Berlin war bei Sido oder bei Bushido, Mercedes-Benz-Uberworld, wie sie jetzt heißt. Oder, ja, das Olympiastadion, dann ist das ja klar, dann kostet das da auch ein bisschen mehr. Aber man hat auch was geboten bekommen für das Geld. Und wie gesagt, Bushido und Sido waren in dem Preissegment zu finden, ja, die Tickets. Und das sind ja auch nur Stehplätze, das war doch nicht mal, das ist ja noch nicht mal Sitzplatz. Das sind einfach Stehplatzkarte. Also das ist schon, finde ich, krass. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt eure Meinung sachlich unten reinschreiben. Das war jetzt hier nochmal so ein Update. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass er irgendwie so agiert, wie er agiert. Ich kann auch niemanden nachvollziehen, der dort hingeht, aber ich würde jetzt nicht dort canceln. Das machen andere. Das ist dann mir zu extrem. Das geht in eine Richtung, die gefällt mir persönlich nicht, Leute so zu quälen, dass man denen nicht mehr irgendwie erlaubt, aufzutreten. Beziehungsweise irgendwelche Hallen anschreibt, das macht die Vogue-Bubble. Das braucht man nicht. Also das bitte ich euch auch zu lassen. Ihr könnt das kritisieren hier unter dem Video. Ihr könnt gerne, wie ich, auch Videos machen zu solchen Themen und das Anprangern. Ihr könnt ihm da auch direkt unter den Beitrag schreiben, dass ihr das doof findet. Aber die Hallen anzuschreiben und Co., dann ist man jetzt auch kein Deut besser als diese Vogue-Bubble. Und das finde ich halt nicht in Ordnung. Wenn es halt 300, 200 Leute gibt, die da noch hingehen, dann sei es drum. Dann soll er da seine Leidenschaft ausleben. Ich glaube aber nicht, dass es sonderlich viele werden, die dort hingehen. Und ob jetzt der Konzertbetreiber sich damit einen Gefallen getan hat, wage ich auch zu bezweifeln. Das soll es für heute gewesen sein. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr solche Videos hier interessant findet. Die nächsten Tage ist einiges geplant. Und ich bleibe natürlich auch bei GO-Firmen dran. Schaut euch auch gerne nochmal das Statement-Video an. Da ist das ganze Video nochmal drin. Warum ich mich auch so geärgert habe, wird da auch nochmal, glaube ich, ganz gut klar. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.